Jett, das ist der sogenannte Witwen-Macher, halt. Hier gibt's auch Werbe. Und Sumpf-Troller. Oh, voll das schöne Dorf hier. Nicht mal ein Leiche in das Leben. Oh, we are with Seteen. Swag, Seteen. Swag, Swag, Seteen. Oh, ich hab noch nie wiederholfen. Oh, das ist der und hollte. Wir brauchen mehr Mana. ein keller, ein stinkender keller ein stinkender keller? viel besser als ein stinkender keller wir sind da los ich weiß das nicht es kommt von alleine ganz schön stinke ich ja geile Goldvorräte das sind bestimmt 100 WTF? das sind zwei riesige Wehrwürfe nicht die zwei ne links unten ist glaube ich noch das hier ja da ist noch ein riesiger Wehrwolf der kann Warwick rufigen ja hallo ja der ist noch nicht mehr ich leckse mal ein bisschen weg ich habe nicht genug mana ich habe nicht genug mana ich habe nicht genug mana ich brauche mehr mana ich brauche mehr mana ich brauche mehr mana ich benutze übrigens immer noch die ersten Heiltränke ne ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche wir machen ein bisschen das ist also ein bisschen ein bisschen das ist auch Und natürlich explodiert er Warum sollte ein Wolf auch nicht explodieren, ich mein, das ist ja normale Biologie Sterbende Wölfe explodieren So, ich glaub hier ist noch ganz viel Gold Hm, das will kein Wolf, er kriegt Loot Doch, weil alles Geld jetzt für irgendwelche Sachen ausgegeben habe Für Gold ganz gelegen Es ist so schön zu sterben und immer wieder den gleichen Weg zu laufen Oh Ist hier nicht Gar nicht, gar keine Gar keine Gar keine Tänke, nein Hat sich nicht gelohnt Ich glaub ich hab Gold technisch noch einen Gewinn gemacht Achso, dem hat der Killer gestunken Hm Hm Ah Mist, dafür sind wir eigentlich Auf 40 Auf 41 kann ich die nächsten Sachen tragen Ich hasse Baumstämme Ich hasse Baumstämme Ist noch ein Dungeon mit ner Quette Ich brauche mehr Mana Ich brauche eure Hilfe Ich brauche eure Hilfe Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass das schon gerade nicht fest hat. Nein, das ist okay. Gespenster! Ring. Gespenster ringen. Gespenster ringen? Ring. Ringen mit Gespenstern? Das, was du in deinem Auge hast. Der Augenring, genau so. Ich habe um meine Augen verliebt, ich bin es da. Ein Ring. Gespenster. Ich bin doch Geist, also. Nein, ist das gut, dass du da bist. Gibt es da eigentlich so, vom Wort, Ursprung her, Unterschied? Vielleicht sind es. Gespenster sind wirklich welche nicht. Geister sind einfach nur... Geister sind einfach nur... Die, die nicht spüren. Aber die... Aber Foltergeister. Ja, aber da ist ja dann das Wort Folter. Aber warum gibt es denn keine Foltergespenster? Genau, das gibt es ja keine Foltergespenster. Genau, das gibt es ja keine Foltergespenster. Hat sich jemals ein gutes Gespenst gesehen? Nein, nein. Hat er einen guten Geist? Ja. Ein Edelsteinsockel, ein Edelsteinsockel. Hört mir zu. Okay. Ja, das ist immer ein Z-Ring. Wünsche? Ah! Ah, ihr habt eine neue Rechtheit! Oh. Wo? Nicht nur für den dras. Noch. Wir haben ja einen Z-Ring. Heimgebaut Boah, ich hasse euch Guck mal, wie die die ganze Zeit meine Attacken zurückwerfen Ihr kennt mich alle mal, das sind meine Attacken Ich Verfühl mich einmal Gepanzerter Schwemmgänger Gepanzerter Gepanzerter Klang aber auch richtig Der ging ja eigentlich, ne? Hier ist ein Champion Ja, ich kann sofort Diesen Gegner, die meine Attacken wieder zurückfällt Aber das ist ja schön Nein Champion, Champion Wo ist er denn? Treppe runter, ganz längst Oh, er hat das schwert Der ist aber schritten Der ist ja nicht mehr Ah, dieses Strähne-Ding macht Schaden Ach mein, ich fühl mich verarsch Das ist eine Schädelspirale Schädelspirale Und das ist ein Arcana auf Stahl Den ist fett Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Boah, weibst du Scheiße! Lass mich raus, ich bin festgestuckt! Stirb doch einfach! Scheiß Teil! Alles gut! Boah, volle Leiste! Boah, wenn ich ne volle Leiste hab und dann mein Schild aktiviere, ne? Der ist so strong! So strong! Das geht einfach nicht dauernd, ich krieg einfach keinen Schaden! Das ist ein bisschen Lenk von dem Gegner! Psst, geh weg! Boah! Fick dich! Nein, ich will... Ich habe die Folge kapiert, nicht was ich will! Warte, wo ist mein Schild denn? Ich bin frustrierend! Pro Aufladung erhöht es den Schaden um 50% 1, 2, 3, 4, 5 Aufladungen wären plus 250% 1336 Punkte Absorption Ja, das sind gute 4-5.000 Schaden, die ich einstecken kann Vielleicht... Ist das nicht auch das Schild, was ich auch bekomme? Ja, aber du bekommst es noch nicht ganz! Ja, aber trotzdem eben den Arsch gehört Ich brauche mehr, Mann! Ich würde es ja gerne weiterleveln, aber... ...die Level! Ich würde das mit den Stufen immer mehr Ja! Ja! Im Moment kriegst du... ... 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 Moment! Na du kriegst Hälfte Schild. Und ich glaub noch ein oder zwei Level, dann kriegst du das ganze Schild. Ich glaube noch ein oder zwei Level, dann kriegst du das ganze Schild. Jo, muss ich übrigens immer noch checken. Ich will hier erstmal in die Viecher rekanen. Die sehen so stark aus. Ne, jetzt kommt keiner. Okay. Stirbt grüner Herr. Stirbt grüner Herr. Schau, ich dachte er wäre Secret. Oh, du kannst ja auch auf dem Boden stampfen. Was kenn ich? Auch auf dem Boden stampfen. So. Die Aura, ne? Genau. Ja, ich glaub das sind allgemein immer die Schriftrollenzauber, ne? Was geht das oder was? Von meinen vier Skills, die ich benutze, sind drei davon so ne Schriftrolle. Ich hab nur fast zwei Skills. Wow! 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 Ich brauche mehr Mana. Ja, ich hab einmal halt diese Elementar Aura, dann hab ich ne Aura Schaden zurückwerfen. Ich brauche mehr Mana. 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 Ach du Scheiße sind das viele! Und ich bin wieder gestuckt. Die Gegner, ich kann mich nicht bewegen. Ich wurde umkreist. Ich konnte mich nicht bewegen. Schau mal die so aus, ey. So, was können wir denn jetzt damit machen? Kann man Portale da eröffnen? Ja, ne? Ah, zurück zum Altar. Äh, Altar. Zum Altar? Ja. So, jetzt fehlt jetzt nur noch der zweite und der ist bestimmt auf der anderen Seite. Zurück zum Altar. Ich habe drei unverteilte Fähigkeitspunkte. Mhm. Aber ich kann ich die mittlerweile wieder verteilen. Ein Level noch, ne? Ja. Das vergeht so schnell. Ich habe wenig Mana. Konntest du dich zu mir Porten? Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Die zerfallene Bogenschützen machen zu viel Schaden. Die zerfallene Bogenschützen machen zu viel Schaden. Jetzt ist das sowieso jeder Klick damit zu schaden. So, mein Heilungspot gibt jetzt, äh, noch Rüstung. Oh. War schön. Wind zur Kunst. Wer greift mich da ab? Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Mana. Oh. Euer Begleiter ist fortgegangen. Jeder einzelne Gegner in diesem Spiel kann ich nicht mehr. Ich habe nicht mehr Mana, ich brauche mehr Mana. Diese Pörscher, die sind nervig. Die müssen sich ja rumpreisen haben. Die Zeitzombies haben. Komm mal, die Sonderzombies. Ich bin jetzt bestimmt vegetarisch. Ich muss kein Minotär, da ist Giftgehe. Bitte noch nicht direkt einsammeln, erstmal Gegner töten. Ich habe wenig Mana. Das heißt, werde ich wieder zu viel Action hier. Oder direkt einsammeln und weglaufen. Ich will nicht weglaufen. Oh, wir sind schon drin. Ich habe nicht mehr Mana. Man kann ja eine Tür öffnen. Secret bestimmt. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Aber doch. Kurz zurückstoßen das stammt. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Was ist da los? Ah, schnellere Bewege. Was machst du? Schnellere Angriffe und das Zorbo-Temps. Und irgendetwas Gold ist. Waffe total. So, ich habe gerade mein volles Schild. Wir sollten das jetzt hier schnell machen. Ich glaube nicht, dass wir noch so viele fehlen. Cool, es ist nicht. Ah, hier ist aber ein Champion. Ahaha, ist das irgendwie Rüstungsdurchdringend oder sowas? Äh, 20er war ein Fischer. Ich habe wenig Mana Oh, ich habe gerade meinen 50. Trank, wenn du bist Sehr gut Scheiße, ich habe nicht genug Mana Ich habe nicht genug Mana Also wenn Knappheit bei dir herrscht, mit Rinken, ne? Ich habe wenig Mana Ich habe 476, bin jetzt 62 Kode mittlerweile Hier diese, da ist wieder so ein Körscher Der jetzt dauernd ist Ich brauche mehr Mana Wow Oh Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Oh, ich bin da oben hier Hier ist noch der Tür Ich habe wenig Mana Tor Tür Oh Neudischer Gott Das nutzt hier Und da ist noch ein Krokodist Ah, das ist noch eine Krokodist Oh Ah, der Krokodist Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Ich brauche mehr Mana! Ich brauche mehr Mana! Oh, du bist so gut wie 42, ne? Hm... Ja... So, jetzt kommt bestimmt hier was. Ich muss mir hier runtergehen. Ich war hier noch, gar nicht. Warst du hier schon? Hier, Treppe nach unten, in den Totenschädel rein. Ich will nicht in den Totenschädel rein. Da wartet eine Tee-Party auf uns. Wollen wir nicht lieber nochmal so auf Level 42 fahren? Nein... Es ist Zeit für eine Tee-Party! Aber ich mag nicht Partys! Aber es ist eine Tee-Party! Woah! Ich bin ein Spinnstabgerust. Oh, ich bin fast fast alle Sekunden. Ah! Teleportation! Er weckt uralte Skelette! Oh! Ach so, die Renta kommen! Oh nein! Sie blockieren uns an den Kassen! Oh! So viel Braimlet! Ein Champion! Ah! Too much! Boah, was? Too much! Ich lebe wieder! Hast du deinen Roboter? Ja... Der kann ja auch nicht so viel machen. Boah, dass der andere teleporten muss. Oh, Rentner! Mein Gott! Wie groß ist die Welt, oh! Boah, der ist der Wett. Wo ist den Champion hier hinlocken? Das ist ein Champion. Ah! Noch nicht gesehen? Nö... Ja... Aber er will erst mal eine Party... Boah... Jetzt ist er ganz weit weg, der... Typ ist... Der... Spenster first. Ist er ganz weit weg? Ist der in Düsseldorf? Jordanien, glaub ich. Ist er gleich schnell. Ich brauche mehr Mana. Shhhh... Das waren drei HP oder sowas, die ich noch hatte. Hat den Champion aber gleich drauf. Ich brauche mehr Mana. down gehen sie. Down gehen sie! Down gehen sie alle! Naja... Wer das jetzt realistisch hat, der gibt Spenster für den Schwundbarn, weil er mich befüllen kann. Tja Respawn sei Dank Macht er gleich auch einfach Macht er gleich auch einfach Macht er gleich Respawn Kommt auch einfach Was ihr so könnt Er lockt uns gleich aus der Welt aus Gut 2-0 Ja was macht er da hinten Rätsel Ein rätselhafter Speer Schenzwein Achso Ich bin wieder erschütter Hm Es ist Rayslord 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 Mann Ich bin dabei auch einfach gar keine Waffe Ich muss gleich mal nachgucken Habe ich meinen Rechtsklick-Skill noch benutzt Zum Beispiel Und lohnt den zu nutzen Oder ob ich Den neuen Skill auf Rechtsklick Wege Das Los Dann fahren wir nächste Folge Cut Haha Prost Der Höhepunkt auf mich Der Höhepunkt auf mich Ich bin 42 Ich auch Richtig wieder eingeholt mit Erfahrung Oh Leiche des Vaters Wut Wut Leiche des Vaters Jessas Anhänger Ich habe Einen mysteriösen Speer Geheimnisvolle Stangenwaffe Ja, den Speer habe ich ja auch Ach, die ist sogar cool Nur die Stangenwaffe Aber zweihändig, oder? Ein rätselhafter Speer Speer des Gespensterfuß Sooo Danke sehr